Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder ein bisschen Escape from Tarkov. Und zwar als PMC auf Customs. Oh, guck mal. Da schläft einer. Den habe ich direkt erschnüffelt. Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach instant dahin. Was ist das denn eigentlich? Was ist das für ein Schlüssel? A Key found on a dead messenger's body. Den finde ich ganz geil. Den packe ich mir ein. So, was wollte ich erzählen? Achso, ja. Wir spielen PMC auf Customs. Wir haben nämlich eine Quest offen. Und zwar, wir sollen aus Customs escapen. Das machen wir. Dann müssen wir... Hier kann ich nämlich einfach mal zeigen. Äh, Customs. Das muss man auch noch machen. Lokalisiere den versteckten Wasservorrat im Wohnheim. Das könnten wir machen. Dann... Ja, also wir sollen auf jeden Fall von Customs escapen. Und... Das war übrigens bei mir grad. Discord. Scaps erschießen. Können wir beides hier erledigen. Vielleicht können wir auch noch jemand anders erschießen hier. Können wir gleich mal gucken. Ach komm, ich kann da nicht durch, oder was? Doch. Ne. Hallo? Können wir hier jemand anders schießen? Weil man kann mal fragen, ne? Okay, pass auf. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das ist eine Brücke. Das bedeutet, wir sind hier. Also hier unten, da seh ich's. Ja. Ähm, wo müssen wir überhaupt hin? ZB013. ZB011. Ja gut, dann... Können wir mal ganz gemütlich... Ja, kann man mal... ...um die Richtung gehen. Da vorne ist die Taschenuhr. Äh, wo laufen am besten lang? So, an der Straße entlang ist immer doof, ne? Bin nämlich ein alter Taktiker, dass ich das weiß. Sind wir auf... Ne, ich will... Oha. Oha. Oh, scheiße. Da wurden wir direkt abgeknallt. Das war vielleicht dumm, dass ich mich da hingestellt hab, hä? War's ein Scav oder war's wenigstens ein PMC? Loot Delivery. Hat uns direkt weggeknallt. Hey, ganz ehrlich, ich muss sagen, wir sind jetzt so lang mit dem gleichen Loadout da rumgelaufen, dass ich auch ein bisschen froh bin, dass wir tot sind. Ich hab nämlich exakt gar keinen Platz mehr in meinem Inventar. Ich glaub, ich hab noch zwei freie Lootkästchen, also zwei freie Stellen und das war's. Könnten wir zweimal Schrauben noch ins Inventar packen und dann ist rum. Das bedeutet, das ging relativ schnell. Ich schneid euch gleich die nächste Folge PMC rein. Bis gleich. Und dann wären wir wieder. Wieder PMC. Wieder auf Customs. Und endlich mal ein anderes Loadout. Eine neue Waffe. Ein Visier, das quasi die Hälfte meines Bildschirms ausfüllt. Sehr gut. Ist einfach schon fancy, ne? Also, kann man nichts sagen. Mein Loadout zeig ich euch mal. Kein allzu großer Rucksack dabei. Aber eine ganz geile Tragetasche, ein Helmchen. Ja, hier die AKC 74M am Start. Da wird schon rumgeballert. Wir sind wieder auf Custom unterwegs, denn wir haben immer noch die Quest, dass wir hier escapen müssen. Also machen wir das auch, ne? Würde ich mal behaupten. Verlegen wir uns mal hin. Ich glaube, ich weiß auch, wo wir sind. Wir sind, dürften unten bei Trailerpark sein. Vermute ich. So, ZB-011, ZB-013. Ja, gut. Haben wir die eigentlich immer? ZB-011 und ZB-013. Ich bin mir ja nicht sicher. Guckt euch mal dieses. Also, es ist mir auch ein bisschen zu krass, irgendwie, ne? So, ein ganz kleines bisschen zu krass. Wobei, kommt ganz drauf an, was wir machen, ne? Wenn wir uns in irgendeinen Busch legen und irgendwas abcampen, dann ist schon geil. Da wird schon wieder direkt geballert. Ach, komm schon, abscht. Übrigens, in der letzten Zeit kommt auf dem Channel ja ausschließlich Tarkov-Content. Was mir zwar auch Bock macht, ja? Tarkov macht mir schon Spaß, auch wenn man nicht nachvollziehen kann, warum. Weil ich einfach ein riesen Lappen bin in dem Spiel. Aber es macht mir irgendwie Bock, mich die ganze Zeit erschießen zu lassen. Ne, tatsächlich macht mir es Spaß, weil da noch so viel Potenzial drin steckt. So viel Lernpotenzial, ja. Ich kann da noch sehr viel mitnehmen. Das motiviert mich. Aber, nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, beziehungsweise der gute Zombie hat mich angesprochen, dass wir ein anderes Spiel mal spielen könnten. Und da hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Das bedeutet, die nächste Aufnahme-Session mit Zombie ist in einem anderen Game. Und ich verrate euch aber nicht, was für ein Game es ist. Da müsst ihr leider, leider selbst auf dem Channel vorbeigucken und es herausfinden. Aber so viel sei verraten, es wird geil. Wird richtig geil. Oh, shit. Also ihr könnt gespannt und voller Vorfreude sein. Das lohnt sich. Ey, wenn ich jetzt da über diesen verdammten Fluss renne, fange ich mir doch eine Kugel, oder? Was ist eigentlich mit meiner Friese schon wieder los, ey? Heute sitzt das Toupet aber nicht so gut. So, guck mal, wir können ja im Prinzip bis nach Timbuktu gucken mit diesem Visier. Oh, shit. Okay, da geht's rund. Und solange die da schießen, rennen wir. Das bedeutet nämlich, dass sie... Das ist einfach ein Volk. Scheiße. Das bedeutet nämlich, dass sie beschäftigt sind. Ey, kaum bin ich in dem Busch, wenn sie... Ich muss mal grad sagen, rennen sie aufzuschießen. Die sollen sich da mal ordentlich geben. Wir trinken so lang was. Easy. Einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, ja? Hm. Ah, wunderbar. Ich hab übel Bransure. Ich hab heute was scharfes gegessen. Wächter. Laber nicht. Wo war der Breden? Na, wo war er denn? Boah, ne. Boah, ne, das... Das geht ja gar nicht. Also, das Visier geht ja überhaupt nicht, Junge. Auf die Entfernung sowieso nicht. Also, auf die Entfernung geht's nicht. Ist er denn tot? Das hat sich ja richtig scheiße angefühlt. Hm. Wir müssen... Wir müssen... Ich würd schon gern... Ich würd schon gern sehen, ob der da liegt. Liegt der da? Ne. Ne. Alter Vater. Da vorne. Da lief doch eben... Sag mal. Nee, ich gönn mir nicht mehr so ein Ultra-Mega-Visier. Ich glaub, ich renn mal über die Straße. Lass mich einfach erschießen, hä? Wollen wir das so machen? Hab das mal mal so... Mama! Ja, okay, so schlimm war's gar nicht. Aha. Mit einem Kopfschuss. Lag da noch ein anderer? Hab ich jetzt zwei erschossen? Das wär geil, ey. Äh. Da. Ah, den hab ich aber nicht erschossen. Außer ich hab den aus seiner Weste rausgeprügelt. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Gut. Reiß. Äh. Das waren nicht wir. Jetzt stellt euch... Ich bin halt auch sau. Oh, fuck. Ich wollt grad losrennen. Ich hab's gewusst. So eine Scheiße. Fuck. Naja. Was willst du tun? Wir gucken, ob wir wenigstens einen Headshot für die Quest sammeln konnten. Sex Massive hat uns erschossen. Diese dumme Sau. Okay, weiter. Kopfschuss. Dad is. Was willst du machen? Ich hab den noch gehört. Der war irgendwo direkt neben uns. Aber ich war zu langsam in der Entscheidung, was ich machen soll. Ob ich weiterrennen soll. Das wär's wahrscheinlich gewesen. Ein paar Haken schlagen. Äh. Naja. Was willst du machen? Wir gucken, ob wir beim nächsten Mal die Quests erledigen können. Dann lese ich mir auch mal durch, was mit diesem Wasservorrat da eigentlich los ist in Dorms. Dann gehen wir den nämlich mal an. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bald auch mit einem neuen Spiel in der nächsten Aufnahmesession mit Zombie. Bis dann. Tschüss. Tschüss.